hey freunde willkommen zum nächsten test heute sind im test dran die transformers das sind kleine strobos mit einer fontäne die dann zu einem brummkreisel werden sprich eine dreifach verwandlung drei stück kosten knapp drei euro wenn überhaupt einem hammer 26 24,6 gramm ist wie gesagt ein f2 artikel von der firma leslie und da würde ich mal sagen gehen wir gleich mal raus schauen uns an wie die so performen und dann sehen wir uns gleich draußen bis gleich so wir versprochen jetzt die transformers 3er paket fangen wir mit einem an mehr machen sie auch nicht rd 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 Untertitelung des ZDF, 2020